I can feel it coming in the air and the night Hold on Schnibbel die Stab und hallo Drio Und herzlichen Willkommen und zurück Battlefield heute mal wieder Infanterie und nicht Jetpiloten fail Bestimmt reingelaufen und erschossen, reingelaufen, erschossen, reingelaufen Bewegt euch, die will sterben, da unten sind bestimmt welche Ich hab Mörser dabei, yeah, bitch, warum hab ich Mörser dabei Ich will hier runter, von hier oben kann ich eh nix treffen Alter, ich hab ja die Mausempfindlichkeit höher gestellt, das merkt man direkt Ich hab die ja für die Jetfight Loll, von wo kam das? Ach, von hinten Hat direkt ein Kill gemacht Double Kill Auch Double Kill Ich komme zu dich Nein, willst du nicht Obwohl doch komisch Zu dich, hier Munition kannst du best... Steht da was um die Ecke? Ja, da ist was weggelaufen um die Ecke Rechts, links, wo muss ich hingucken? Rechts Links Okay Geht so weiter Geh weiter Geh weiter Rechts ist links Da rechts ist jemand Hinten bei den Säulen Gesehen, gesehen, gesehen Tot Ich war zwar nicht, aber tot Weiter vorrücken Die sind rechts Ja, die sind da direkt Ja, ich weiß, meine Granate Meine Granate Philippisch wieder Einer von euch Granada Also die Maus empfindlichkeit Ich sollte mir mal ein boostchen zufügen Ja, ich nehme einfach mal 200% Ich hab da momentan so viele davon Maus empfindlichkeit Bisschen zu hohe Mama Wo kommt der denn her? Ach, der hat die Wand aufgesprengt, der Motherfucker Ja, du Motherfucker Alter Meine Presse Motherfucker Was machst du denn, Motherfucker Alter, mein Spawn war nicht geil Ich bin Alter, toll Alter Töte mich Wie viele da kamen Hab's doch, du bist Erster What the fuck Zweiter, Erster Ja, die M240B ist nicht so geil irgendwie Hä? Ich weiß gar nicht, mit welcher Wach ich spiele Ähm Kann ich dir gleich sagen Beleb mich wieder, du Spasti Äh, M249 spiele ich Ja, okay, ich bin tot Hinter uns sind die auch Ich bin so gespawnt, dass ich direkt gemessert werden konnte Ist das nicht toll? Nein, ist es nicht Das hört sich super an M249, die hab ich gar nicht Ähm Ja, es ist nicht Hab ich nicht Super geil Hab, 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 hab Hab, 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 hab Über uns geht auf jeden Fall die Post ab Nein, nicht nur über uns Vor mir ist die Bombe Hilfe Komm um die Ecke, du Sauter Ich hab doch gesehen, wie du den wiederbelebt hast Alter, wie kann der nicht Hauptsache ich hab nur eine Granate dabei Will mich das verarschen Danke fürs Wiederblieben Lord, was hab ich denn für eine Mongo-Taktik dabei Eine Granate Super Dann kannst du auch direkt was anfangen Nicht Knubbelt euch, das ist immer der beste Weg Ach, hast du hier Granatwerfer dabei? Nein Ja, das war die Erdue Ihr könnt ihr mich hier wiederbeleben Wir spassen, lass mich hier weg Lass mich hier weg Ich hab 10 HP Hätte die Frage nicht vielleicht laut müssen Wie kann man mich mit so wenig HP wiederbeleben? Das auch, ja Geht doch einfach mal hier rein Hier ist gar nicht so viel los Wie ihr alle denkt Ja, der Typ da hat Ich hab den da vorne einfach erschossen Verteidig die Bombe Man sollte auch nach oben gucken Nein, da ist einer, da ist einer, da ist noch einer Oh, Doppelgranate Weg, 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 weg Ja, ihr Scheiß Ganz ehrlich Diese Scheiß-Sniper Stehen vor mir Kann ich nichts machen Wer ist von der Granaten? Oh, Schrage wollte aber recht Ich hab auch grad 6-3 Ich hab grad 4-Hackill gemacht Aber die hab ich auch ignoriert Belebt mich wieder Mano Ich hasse unsere Teammitglieder Ja, ich auch Wenn ihr übrigens noch mit uns Battlefield spielen wollt Battlefield 4 Ja, momentan sind Äh Ist es ja auch diese Season für uns so gut wie vorbei Wir warten noch auf das letzte DRC Zeigen euch noch die letzten Spielmodis Karten etc Ja, genau Und dann endet das eigentlich für uns langsam Ja, dann wird Battlefield auch bei uns nicht mehr Laufen Biss Ja, wissen wir nicht Wir sind doch groß Wir sind keine Ahnung Quellezänderungen oder so machen Alter, ja Vielleicht Okay Hauptsache ich komm nicht um die Ecke Ich wurde von GLHF HDZ J Ach ne, ich hab GLHF getötet Ab dich Was hast du mich? Ich dich Den da Direkt vor dir ist noch einer Einer ist unserer Keine Ahnung Alter, ich hab grad einen 3er Kill gemacht Ich bin hinter dir hergelaufen Weil die ja alle vor Ja, ich hab's gesehen Ich bin hinter dir hergelaufen Ich hätt ne Heimer mit sich hier eigentlich hingeworfen Hättest du das gesagt, hätt ich ne Granate reingeworfen oder so Ich hab nur einen getötet, weil er halt direkt vor meiner Fresse war Ja, sorry Ich hab nicht so schnell reagieren Können Und so Ah, können schon Ich hab halt einfach nur nicht so schnell reagieren So ein bisschen mein Equip umgebastelt So ein bisschen mein Equip umgebastelt Jetzt hab ich Granatwerfer dabei Und kleine Granaten Oh, da hinten ist ein Sniper Ach der hat das ballastische Schild, ne? Hilfe Ich muss näher ran Warum lade ich eigentlich nach? Ich hab viel zu viel Munition 200 Kugeln Das ist nachladen Ultra sinnlos Ist hier irgendwas, wo du liegst? Äh, ich versuch' Ja, die vorne halt da alle hinten, ne? Ja, ich hab' hier das MG sogar richtig aufgestellt Das heißt, ich kann kaum verziehen Ich halt so ein bisschen halb hoch, halb nicht hoch Ich halt so ein bisschen halb hoch, halb nicht hoch Also eigentlich müssten... LOL, da! Die hat der mich erwischt! Der konnte mich locker töten Ich hab' den nicht mal gesehen Und ich war schon tot Ja, jetzt bist du getötet Ja, wie geht das denn? Der hat dich locker erschossen Steht der einfach, stellte sich einfach vor dich Ja, ne, der hat ja vor Ich hab' den schon von hinten geschossen Sollte ich mich schon umgedreht? Guck' doch mal auf einmal steh' ich kaputt Scheiße Nein, 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 nein Niemand will hinter uns hoch Dann kommen da jetzt wahrscheinlich runtergelaufen Korrekt Wenn ich sage, die kommen von hinten Solltet ihr euch auch umgedrehen? Ich hab' mich umgedreht Ich hab' einen der Schossen Nur, ich hatte da schon 5-10 Kugeln gefressen Achso, gut Ah, meine Statistik geht langsam wieder in den Keller Ich muss mal ein bisschen an meiner Waffe umbauen Lauf, Schalldämpfer Schalldämpfer lohnt sich bei der Waffe total gar nicht Äh, was hab' ich denn hier cooles Neues? Ah, nehmen wir doch mal Orca-Style Auf der Waffe Und ich hab' für die Waffe noch kaum was freigeschaltet Aber die macht eigentlich keinen Spaß Die hat 200 Kugeln im Magazin Ich hab' zwei Beine dabei Die ist eigentlich für die Map ideal Welche, äh, welche Waffe ist Alter Da unten kämpft direkt einer Bist du behindert? Bist du behindert? Schildtyp Liegt der Gegner vor dem auf dem Boden Macht der gar nichts Bleib da mit dem Schild Ich will auch rein Ja, ich will Geh' mal vor, bitte Hier steht doch direkt einer an der Ecke Ich hab's doch gewusst Ich hab' den Beute die ganze Zeit töten Ich wusste ja, dass der da ist Aber Mich lässt ja niemand rein Ich hab' den direkt erschossen Hier links um die Ecke Da, 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 da Ich muss hier weg, ich muss hier weg Alter Ja, klar Na gut, wir kommen jetzt wieder zu lassen Ich hab' den Kassel drauf Nein, ich lebe noch Aber ich werd' hier von zwei Seiten eingekesselt Ja geil, mein Hatz geht nicht Ich bin tot Sauber, danke fürs Wiederbeleben Ich brauche einen Medipack Hier, Munition Die spreng' ich auf, die Leute Liegen die da hinten, oder wie sieht's aus? Okay Alter, die... Wir kriegen auch gar nix gespreng Die nicht, wir nicht Ja, aber jetzt kommen wir endlich mal So ein bisschen In die Richtung Wir brauchen einen mit ballistischem Schild Der da vorstellen kann Wir könnten eigentlich voll taktisch spielen, wenn wir das wollten Wollen wir aber nicht Nope, das wollen wir aber nicht Feuerschutzhilfe Double Kill Es ist voll geil hier einfach das MG aufzustellen und los zu rattern Ich muss mal kurz nachladen Ist er auch hier? Ah ne, das ist ein anderer von unserem Squad Ja, das ist ein anderer von unserem Squad Stell doch das Teil auf, what the fuck, ey Ich bin gestorben an dieser Brandgranate Weil der Teamkollege von uns ein Stück Dreck ist Also wie immer Ja, ja Deine Statistik ist ein bisschen besser Ich baue ein bisschen Zeit mit der Waffe Ich weiß gar nicht, ob ich bei dir spawnen will Du's, hier sind nicht so viele Von links kommen welche Von links kommen welche Sei nicht doof, hier sind welche Wenn hier geradeaus und dann dich nach links umdrehst Stehen hier die direkt welche direkt vor unserer Fresse Die auch momentan mehr Richtung Bombe Ich meine nicht dich, ich meine den anderen Squad Von unserem Ah fuck, da kommen sie schon Achtung, die neue Bombe wurde geortet Ah, ich liebe es einfach, wenn Luftkugel irgendwie Luft verschiebt Okay Ganz tolles Gefühl Lass mich bitte hier hoch, fucking Stein Ähm, man, ich will hier hoch Na toll, als wären wir von hinten attackiert Ich häng fest Alter, hier draußen fallen die die ganze Zeit mit ihren Fallschirmen runter Ich hab die Bombe Ich hab die Bombe Alter, die haben hier irgendwo einen Spawner Ich hab die Bombe gelegt Sauber Geh zur Bombe Die Bombe wird sie Oh Wieso hab ich dafür keinen Kill bekommen? Einsatzhiel zerstört, sauber gemacht, Leute Fuck, 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 fuck Alter, warum ist das bei dir? Ich wusste nicht, dass hinter mir viel sind Die sind hier gerade gespawnt Die haben hier irgendwo einen Spawner Warum bist du beim Spawner? Wir haben da unten aber fucking viele von uns Was? Oh, ich bin grad fast gestorben Ich bin grad fast gestorben Weil ich irgendwie ein Abhang runtergerutsch bin 21-200 € Is 21-800 €, du haust hier voll Die Bomben-Statistik raus Also wenn der Scharfschutz ein Gegnerrichter ist, der grad auf mich schießt, ne Lernen schießen! Trink dir ein Bier Das ist, äh, Mario-Style Ne, da bin ich nicht dran los. Kommt her. Sichtungsbonus. Es ist toll, dass ich das MG einfach hinstellen kann. Es ist sehr, sehr angenehm. Niemand. Kommt her, wie die fliegen. Kein Thema. Ich kann euch alle, 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 alle wegkotzen, wenn ihr das wollt. Alter, wir sind echt voll die Spawn-Killer. Die spawnen ja hier. Alter, ich hatte die Bombe fast. Ich hab drei Bombenträger ausgeschaltet. Okay. Drei. Aber dann bin ich gestorben. Nee. Fuck. Bewegt euch zur Bombe. Ja, die kommen hier aber immer von oben runter. Die spawnen ja. Ja, ist mir egal. Das ist nicht Spawn-Camping. Ja, unser ganzes Team... ...macht das... ...macht das... Da ist der Spasti in der Ecke, ey. Ja. Komm zur Bombe. Ja, da ist dieser Typ immer noch in der Ecke. Ich mich verarschen. Das ist ein richtiger Camper. Wirklich. Das ist ein richtiger Camper. Okay, wieso? Kann da bitte jemand diese Dreckbombe aufhalten? Ich würd die gern aufhalten. Ich komm hier leider nicht mehr weg. Ich hab einen feindlichen Soldaten vollbreiten sich zu. Die Droppe von den Fallen gelassen. Pass links auf. Ja, ich weiß. Was? Ich hab mir grad selbst den Arsch gerade nämlich hingeschmissen. Ich hab... Draußen! Draußen ist mir egal. Ich muss drinnen die Bombe legen. Ja, wir haben ja auch die Bombe jetzt. Jetzt können wir uns mal nach vorne bewegen! Scheiße. Ich hab den Typ mit dem Schild gekillt. Aber dann hat's mich zerlegt. 1910. Ich lieg im Boot. Im Dreck. Wir haben leider keinen... ...Medic dabei. Das ist bisschen schlecht. Du lebst noch. Das heißt, ich kann noch bei dir spawnen. Oh, das war vielleicht ein Fehler bei dir zu spawnen. Direkt tot. Ich hab den Teddy bekommen. Ja, geil! Ich konnte den Bomben-Typ nicht killen. Weil die Gitterstäbe dazwischen waren. Ah, Mann. Wieder am Arsch der Welt spawnen. Los! Ich bin im Befehl. Ja, ich kann die Bombe auch durch den Berg an. Wie sie an. Darfst du deinen Befehl? Yeah! Greif die Bombe an. Töte alles, was dir am Weg vorkommt. Alles auszumischen. Watcha, Kambodscha. Oh, fuck! Ich hab den Scharfschutz in Kugel grad neben meinem Gesicht einschlagen sehen. Ja, deswegen bin ich auch in... ... hier reingegangen. Der hätte den Scharfschutz in Kugel müssen hier weg. Ja, klar! Da kommt einfach... ... die Wildenschwarzen. Oh, guck mal. Ich hab den Schottenkern. Okay... Look at me. Einen gemeinten Schottenkai. Warum frauen ich eigentlich bei dem Typen, wo drei Gegner hinter dem sind? Haben wir die Scheiße gerade? Kannst du mir jetzt auf Madifact geben? Das wäre sehr hilfreich. Ich kann hier, ich bin tot. Ich rede nicht von dir. Ich bin gerade zweimal gespawned worden hintereinander. Weil unser Squad-Mitglied ein dummes Stück Scheiße ist. Ey, man kann nicht bei dem Spawnen, der stirbt. Wenn ich bei dem Spawnen sterbe, ich auch wieder. Ich weiß, ja, das ist er tot. MAAANN! Das Match dürften wir aber gewonnen haben. Ja, locker. Nur noch eine Minute, fünf Sekunden zu spielen. Ja. Mit zwei Bomben im... Wir sollten jetzt hier links reinlaufen. Ja, hatte ich auch vor. Aber pass auf, hier hat die ganze Zeit ein ganz geskillter Scharfschützer rum, der mit einer Schotte rumläuft. Also ein Huchensohn. Ja. Der müsste direkt vor unserem Gesicht sein. Rechts, rechts! Rechts, links, such dir was aus. Das ist überall, Gegner. Ja, du hast mir den Kill gemacht. Ich bin einfach nur noch erschossen worden. 1914. Gott sei Dank steht da noch einer von uns. Boah, ihr seid so dumm. Ja, ich bin tot. Man könnte mich auch wiederbeleben. Wir sind bestimmt... Ja, der Gegner wird hier wiederbelebt. Aber ich nicht. Ihr seid so Lappen, ey. Ist hier oben nicht einer? Ja. Der hat nämlich eben einen Kollegen von uns getötet. Fuck, ey. Und da dachte ich mir... Ja, Leute. Das war der Sonntag. Und wir haben gewonnen. Mit Yoshi. Und dem Levkar. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist mit Yoshi die Bombenleger, weil ich ja ein Ziel zerstört habe. Ja, das hat er. Gut, Leute. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder bei Battlefield 4. Wir wünschen euch einen schönen Schatz in die Woche. Haut rein. Genau. Ciao. Ciao.